In unserer Umkleide steht da Sex schon kalt, aber wir gehen danach auf die Meisterfeier und dann wird nochmal ordentlich angestoßen. Ja, also gerade bei nationalen Wettkämpfen ist es schon sehr häufig, dass die kleinen Turnmädels dann fragen, ob sie Fotos oder Autogramme bekommen und das erfüllt man ihnen dann natürlich gerne. Manchmal bekommt man auch kleine Geschenke oder Briefe und dass man eine Vorbildfunktion hat in dem Ganzen ist schon sehr, sehr cool auf jeden Fall.